Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 besten kennenobjektive Tests. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5, haben wir die Canon Zoom Objektiv EFS. Die Canon EFS 18-200mm f3.5-5.6s ist ein Megasum Objektiv mit einem leistungsstarken 11-fachen Zoom. Es hat eine überlegene Brennweite von 18-200mm. Darüber hinaus punktet es mit einem optischen Fotostabilisator mit 4 Belichtungsgraden für attraktive sowie scharfe Bilder auch bei schwachem Licht. Nach Angaben des Herstellers findet der Nockenchick, der bei der Aufnahme von Fotos mit der Freiheit oder mit langen direkten Belichtungszeiten auftreten kann, dank dieses Bildstabilisators nicht statt. Die automatische Schwenkerkennung stellt sicher, dass der Fotostabilisator auch beim Verfolgen von bewegten Themen zuverlässig ist. Dank 16 verschiedenen Linsen aus Outclass, die jeweils mit der Canon Super Spectre Schicht angeboten werden, bietet das Objektiv zudem eine hervorragende optische Effizienz. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Canon Zoom Objektiv EFS. Dieses Canon EFS 10-18mm 1, 4.5-5.6s STM Objektiv hat einen ultraweiten Winkel für Panorama und auch Gebäudebilder. Der Beobachtungswinkel ist deutlich größer als bei einem einfachen 18-55mm Zoom Objektiv, sodass Sie mehr vom Bild erhalten können, ohne sich bewegen zu müssen. Das kleine und leichte Layout macht es optimal, um das Objektiv auf Reisen mitzunehmen. Die STM-Technologie sorgt für eine schnelle und auch leise Fokussierung während Ihrer Videoaufnahme. Der vierstuhlfäcke optische Bildstabilisator bietet Ihnen auch bei schwachem Licht und leisen Videoaufnahmen auch ohne Stativ gestochen scharfe Bilder. Auf Platz 3, haben wir die Canon Objektiv EFS. Das Canon EFS 24mm 1, 2.8 STM Objektiv ist ein sehr tragbares Pfannkuchenobjektiv. Er ist nur 22,8mm lang und berücksichtigt auch nur 125g. Aufgrund seiner geringen Abmissungen ist das Objektiv extrem unauffällig und perfekt für die digitale Straßenfotografie. Der ganz natürliche Standpunkt nähert sich dem Standpunkt des menschlichen Auges. Das Canon Objektiv verfügt über einen STM Autofokus, mit dem Sie sich beim Fotografieren besonders schnell fokussieren können. Für Videoaufnahmen liefert es eine kontinuierliche Fokussierung, ohne dass die Aufnahmen durch das Rauschen des Fokusantriebs gestört werden. Die enge Fokusbeschränkung von nur 0,16 m ermöglicht einen besonders genauen Blick auf winzige Motive. Um zu Gov Nr. 2, haben wir die Canon Objektiv EF. Das Canon EF 50mm f1.8 STM Objektiv verfügt über geräuschlose STM Fokussierung und ausamt für besonders leise Videoclipaufnahmen, auf denen laut Produzent die Geräusche des Fokusmotors nicht in allen Richtungen zu hören sind. Mit der hohen Geschwindigkeit von 1,1,8 können Sie Ihr Hauptthema mit hoher Intensität fangen. Gleichzeitig wird die Geschichte mit einer ansprechenden Verdunkelung dargestellt. Die hohe Lichtstärke ermöglicht mehr als 8 mal so viel Licht auf dem Sensor wie das herkömmliche Zoom Objektiv Ihrer EOS Cam. Das macht die Linse ideal für dunkle Atmosphären und auch für das Fotografieren von Städten in der Nacht sowie für Feuerwerk. Schließlich die Nr. 1 auf unserer Liste, haben wir die Canon Objektiv EF. In Bezug auf die Lichtstärke ist das Canon EF 50mm f1.4 SM Objektiv mit einem Wert von 1,1.4 ein großartiges Standardobjektiv. Dies macht es hervorragend für verfügbare Lichtszenarien und auch Portraits. Nach Angaben des Herstellers bietet Ihnen das Objektiv eine hervorragende Fokussierung und die Intensität ist fast gleichmäßig über den gesamten Fotokreis verteilt. Mit 89% bleibt die Autofokuseffizienz im Mittelfeld. Die Blende der Linse kann stärker sein. Doch derzeit wird die Bildmöglichkeit von Blende 2 stärker und auch stärker. Ab F2.8 können Sie ebenfalls im Randbereich des kompletten Stils ohne Einschränkungen geeignete Aufnahmen erzielen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.